Okay, Hintergrund, Musik, warum auf jeden Fall, weicher Fokus, äh, Farbe, Titel, so, halbwegs gut, würde ich sagen. Oh, 50 Interesse nur, das ist aber blöd. Das ist aber recht wenig eigentlich, ne? Äh, Computer ist kaputt, ich kann eines meiner Videos... Du bist doch gar kein YouTuber! Das wird so ein Nontendo-C, ich hab aber keine Nontendo-C. Die müssten wir kaufen. Aber wir kriegen ordentlich Kohle dafür, und wir haben im Moment Kohle, okay. Ähm, was möchtest du? Ein Dual-Video von... Ach, okay, ähm, ja geil, erstmal reparieren. Und dann einkaufen. Äh, nein, ich hab Dinge zu tun. Wie, der Computer... Och, der Computer arbeitet auch noch. Okay, schlafen. Essen. Öffnen. Ich mach kein Unboxing-Video von dem Scheiß. Ah, da müssen wir ja jetzt noch vor dem... 9. August... Oh Gott! Äh! Wie sollen wir das denn schaffen? Okay, es ist oben. So, Konzentration. Erstmal was essen. So, jetzt möchte ich bitte... Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Da. So, ähm, hey, komm mal vorbei. Äh, was? Nein, danke. Nein, danke, gerade nicht. Hallo, Amak. Ja, genau. Ähm, hier, du, Gemeinschaftsprojekt. Auf, auf. Die, die, die... Alter, von dem Scheiß haben wir... Na ja, egal. Ach, die Konsole. Näääääää. Konsole. All consoles. Nintendo C. Okay, wir sind dabei. Honey, PSP. Blocky, Goblin. Jawohl. Äh, nein, alter. Der gibt uns den Auftrag, so ein Kack-Dual-Video aufzunehmen. Gemeinschaftsprojekt, so Genau Fortsetzen, so Ähm, und Dann erwartet der, dass wir mit Chatten, Partys machen Hä? Ah Öffnen So, jetzt können wir loslegen Es war schön Weggeschoben, sehr gut Okay, jetzt sitzen wir gemeinsam vor dem Äh, zieh Äh, formelle Begrüßung, Intro mit Logo Boah, bleib mal ruhig Okay, das scheint echt Spaß zu machen, das Spiel Ähm Machen wir den sarkastischen Boah, das ist mir echt zu laut Äh Das schreit mir gerade tierisch ins Ohr Bleibs hängen und drückst alle Knöpfe, das ist der Mörderische, auf jeden Fall Ähm Ernst Jawohl Und das haben wir hier Äh, harte Aufgabe bewältigt Ja, das ist die fröhliche Äußerung Ganz klar Ja, lustiger Kommentar. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Schade. Das Spiel hängt sich auf. Ich würde sagen, passend ist fast konstruktive Kritik. Von allem, was wir hatten. Ich würde sagen, wir hauen den langen Kommentar raus. Jawohl, dann geht der Sound nämlich noch hoch. Und dann haben wir halt nur den Standardabspann. Aber den lassen wir dann sowieso raus. So kann man es auch machen. Und wir sind kurz vor Level 16. Auch das ist ganz schön. So, jetzt müssen wir das ganze Ding noch zusammenschlüppeln. Ja, ich bin doch gerade dabei, Leute. Diese Abonnenten. Ähm, Moment. Wir müssen das irgendwie halbwegs vernünftig geübergangt kriegen. Aber nur halbwegs. So. Meine Güte. Ähm, das und dann ist auch Schluss, ne? 3-2. Haben wir irgendwas, was schlechter ist? 2-1. Jawohl. Äh, raus. Rein. Oh, wir haben eine Veranstaltung. Ah, Mist. Ich hab nicht, äh, boah. Siehst du, jetzt war ich in Hektik. Verdammt. Naja, okay. So, umziehen und dann auf zur Veranstaltung. Wir ziehen wieder unser Smoking-Ding an. Auf geht's. Selbe Hose seit Monaten. So. So. So, wir kriegen aber jetzt 360 fürs Hochladen von dem Ding und dann natürlich auch noch das, was wir mit dem Video an sich machen. Ja. Präsentation von Blocky Goblin. Kann man hier mit den Leuten sprechen? Strategiespiegler. Wir werden das aber. Honey PSP. Genau. Ja. Okay. Die Presseversion des Spiels bekommt eine Werte von Gut. Okay. Mhm, 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 ja. Äh, 10. August. Morgen also. Vielleicht sollten wir uns das kaufen. Kohle haben wir ja. So. Okay. Das war's. Super. Äh, hier können wir mit YouTubern sprechen. Hallo, Profil. Monique. Rang 41. Beziehung haben wir nicht. Äh, Rang 41. Was macht sie denn? Hm, macht sie überhaupt was? Guck mal, da ist Mali. Ja. Hallo. Rang 45. Äh, hallo? Ah, Lifestyle. Okay. Ähm, Lifestyle. Das brauchen wir alles nicht. Ja. Oh, wir können einen Vlog aufnehmen. Wusste ich gar nicht. Oder wusste ich nicht mehr. Hallo. Ähm, hallo? Nein. Hallo. Nö. Hallo. Äh, kochen. Schade. Äh, hatten wir Zoe schon? Nichts. Ähm, hallo da hinten? Auch nichts. Wer bist du? Hallo? Wand. Ähm, Gaming. Hallo. Ah, die ist bestimmt schon in einem Netzwerk, ne? Können wir mal reden. So, Alexandria. Ja, die war schon in einem Netzwerk, glaube ich. Mal kurz schauen. Ähm, war die irgendwie 20 oder so? Auf 21? Weiß ich nicht mehr. Das, äh, habe ich jetzt übersehen. Aber gezockt. Auf 25 sind wir. Krasse Scheiße. Marley ist auch in einem Netzwerk. Ey. Die sind alle schon in einem Netzwerk. Und wir sind eigentlich an denen ja vorbeigezogen. Äh, guck mal hier. Monique, ne? Äh, 41 ist doch... Moment mal. Ja, ich möchte nicht mehr mit dir reden. Äh, Monique hat... Hallo? Gehen wir da lang. Hatten wir nicht gerade diese Monique mit der 41? Nicht doof. Wahrscheinlich, aber... Hallo? Äh... Ne, irgendwie anscheinend nicht. Zoe, 44? Okay, da habe ich mich völlig vertan. Okay, zumindest kennen wir die eine jetzt da. Äh, was haben wir denn hier noch? Lifestyle. Rang 32. Hä? Äh, die haben halt alle null Fähigkeiten, wenn die kein, äh, YouTuber sind, ne? Er kocht. Warum? Er soll Gaming machen. Mode. Interessiert mich auch nicht. Wer bist du? Auch Lifestyle. Okay, wir müssten, glaube ich, mit ihr anwandeln. Franco? Lifestyle. Äh, hatten wir dich schon? Natascha? Nichts. Aber warum sind die Rang... Moment. Wenn die Rang irgendwas sind, ne? Da müssten die doch hier drin sein, in der Liste. Rang 49 war die, ne? Natascha. Ja. Aber da steht Gaming. Äh... Okay, warte, Natascha. Wo ist sie denn jetzt hin? Da, Natascha. Okay, Natascha, ähm, reden. Hallo. Die hat auch... Moment, hab ich das richtig gesehen, dass die, äh, kein Netzwerk hat? Ja. Kein Netzwerk. Das heißt, die kann auch auf jeden Fall für mich arbeiten, wahrscheinlich. Ähm, wir müssen nur die Beziehung halt verbessern, ne? Blablabla. So. Nochmal ne Runde reden. So, wir können uns jetzt gegenseitig Bekannte nennen, das ist gut. Ähm, dann reden wir mal einfach weiter. Sorry, Marley, dass ich jetzt mit der rede und nicht mit dir. Aber du machst kein Gaming, eigentlich. Deswegen... So, ich achte jetzt auch gar nicht groß auf Fertigkeiten. Oh, guck mal an. Die hat ja doch Fertigkeiten. Moment, wo sind wir? Können wir uns mit... Ja, da. So, 4041. Och, die ist gar nicht so schlecht. Eieiei, guck an. Okay, das ist doch ganz gut. Dann kann man doch mit der gut zusammenarbeiten, denke ich. So, können wir mit der ein Interview aufnehmen jetzt vielleicht? Auch? Das haben wir ja auch noch nie gemacht. Okay, äh, formelle Begrüßung. Oh, wir haben nur 21... Ah, das ist natürlich nicht so... Erscheint da man, äh, spontan in Hintergrund... Ähm... Ja. Okay, ah, wir hätten Sound nehmen sollen. Person macht dich lächerlich. Ähm... Lustige Kritik. Ups. Das... Jetzt möchte ich eigentlich schon gar nicht mehr mit ihr arbeiten. Stelle eine Fangfrage. Lustiger Kommentar. Ja, das war vielleicht okay. Ich glaube, wir sind nicht für... Dafür geschaffen, weil... Wir haben einfach viel zu wenig Punkte. So. Äh, du stellst eine dumme Frage. Äh, singender Kommentar. Berp. Äh, ich glaube, ich cancel das Video dann. Ähm, sinnlos. Ja, ich cancel das Video. Das ist total blöd. Da muss man... Okay. Video aufgenommen ist prima, aber das lassen wir dann auch. Das werden wir dann ganz schnell canceln. Ähm... Wir werden einfach mit ihr reden und mit ihr reden und mit ihr reden. Und mit ihr reden. Zeit beschleunigen wäre jetzt an der Stelle super toll. Ähm... Aber man kann ja nicht alles haben. Ähm... Wenn wir das, äh, hochgezogen haben, kann sie vielleicht für uns arbeiten. Ich weiß nicht. Vielleicht müssen wir sie auch privat wirklich zu Hause dann unter der Bettdecke oder so befragen. Weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Keine Erfahrung mit. Also, ich hab zwar, ähm... Natürlich im privaten Spiel eine Angestellte gehabt. Aber ich glaube, mit der war ich sowieso befreundet und hab das eher versehentlich dann gemacht. Also, war gar nicht so wirklich Absicht. Äh... Die dann anzustellen. Also schon, aber... Ich dachte... Ich wusste noch gar nicht so wirklich, dass das eigentlich gar nicht so einfach ist vielleicht. So. Aber ich find das cool. Ich hab das gar nicht gemerkt gehabt, dass wir auf, äh, Rang... Ah, sehr schön. Freund. Okay. Äh... Auf Rang 25 oder so waren wir ja jetzt schon. Das ist ganz gut. So. So. So, wir sind jetzt Freunde. Ich würde sagen, das reicht dann nach diesem Gespräch auch. Die lacht sich schon tscheckig. Ist ja auch nicht feiert. Äh, Franco war Lifestyle. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Gucken wir noch, ob Marley da ist. Dann können wir der noch ein Küsschen auf die Wange drücken. Hallo? Marley? Ah ja, hi. Na, wie geht's dir? So. Beziehung ein bisschen gerettet. Einmal umarmen. Flirten. koch du mal ruhig weiter. Dein eigenes Süppchen. Hahaha. So. Ich hab ne neue Ische gefunden. Mit der werd ich jetzt auch gemeinsam Dinge tun. So, gehen wir mal weiter. Wer bist du? Hm, Rang 12. Äh, hi. Mal kurz kennenlernen wenigstens. Zoe ist Rang 44. Uninteressant. Profil ansehen. Emilia ist kein Rang, offenbar. Und dann posieren wir kurz für die Presse und hauen ab. Ja, ist ja gut. Ganz ruhig. Wer bist du denn? Hi. Äh, reden. Monique? Monique? Ist das diese Monique? Hallo? Echt, bleibt doch stehen. Monique, hallo? Aha. Rang 41. Ja. War das die, von der ich vorhin sprach? Ich war mir doch sicher, wir hätten die gesehen. Können wir uns jetzt auch noch anfreunden? Äh, Rang 41. Jawohl, hier. Monique. Mensch. Profil nochmal? Die ist auch nicht schlecht. Sollen wir uns mit der auch noch anfreunden? Nochmal 3 Millionen Mal reden? Vielleicht können wir ja die auch anstellen. Zeta? Ich hab doch recht gehabt. Die war da. Mann, ey. So. Krasse Marken. Jetzt können wir uns zumindest schon mal Bekannte nennen. Jo. Und vielleicht können wir da auch schon Videos aufnehmen. Aber wahrscheinlich eher mit Freunden. So. Aber wenn die auf 41 war, damals wurden wir immer noch angeschimpft. Ey, geh weg. Du hast nicht genug Fame. Du bist nicht bekannt. Du bist ein Noob. Okay. Auf geht's. Posieren. Und dann gehen wir nach Hause. Für die Presse posieren. Der Amag war auch dabei. Hi. Hi, hi. Hm. Hi. Ja. Hi. Da bin ich. Hi. Ja. Ja. Ciao. So. 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 Fertig. Wir sind Level 16. Übrigens. Einladung zu einer Veranstaltung. Irrwur. Irrwur. Oh, das ist noch gar nicht hochgeladen. Das war echt schlecht. So. Rendern. Ach, verdammt. So. Mehr kann man eigentlich gar nicht gebrauchen. So. Rendern. Oh. Hm. Hm. Was machen wir damit? Ähm. So. Schlafen. Essen. Und dann eventuell ein Gaming-Video aufnehmen. Oder was kaufen. Also. Spiel. Spiel kaufen. Duh. 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 So. Aber im Moment läuft ja noch ein Video. Ähm. Ein Salad. Mhm. Mhm. Oh. 42 haben wir jetzt. Glühbirnl. Und wir haben jede Menge Auszüge. eines bekannten Films einfühlen. Musik-Outro. Auch nicht schlecht. Jawohl. Ähm. Gaming-Video oder Einkaufen. Schauen wir mal, was wir kaufen können. An Spielen. Amazing On. Äh. Top-Bewertung. August 8. Äh. Ich glaube, Madness NFL. Kaufen wir mal. Kaufen kommt in vier Stunden. Das heißt, wir können noch einmal Kärtchen ziehen. Stelle einen Mitarbeiter ein. Ja, ich weiß. Ähm. Moment. Ähm. Wo? Wie hieß sie denn noch? Natascha. Natascha? Einladen. Jawohl. Ach, da ist sie ja schon. Hi. Ähm. Hä? Nein. Moment. Moment. Gerüchte, dass wir... Äh. Ja. Ignorieren. Ähm. Gemeinschaftsprojekt aufnehmen. Wir machen mal zumindest erstmal Gemeinschaftsvideos. Äh. Ich weiß nicht, warum ich sie nicht einstellen kann. Oder warum das jetzt gerade nicht als Option da war. Komisch. Steht da irgendwas als Hinweis noch? Gut mit ihm befreundet sein. Okay. Das heißt, wir müssen noch mehr mit ihr befreundet sein. Okay. Äh. Wir haben 42 Glühbirnchen. Das ist gut. Ähm. Boah, sollen wir die lustige Begrüßung nehmen? Die knallt richtig Interaktion rein, ne? Aber ich weiß nicht. Ja, komm. Wir nehmen die mal. Aber dann müssen wir ein bisschen sparsam sein mit Birnchen. Ähm. Wir nehmen den ernsten, weil das ist einfach das Sparsamere. Verdammt. Äh. Ich möchte eher ein bisschen mehr Nachbereitung haben. So. Äh. Da haben wir gar nichts Passendes. Passt der lange Kommentar? Aber der ist schweißend, schweineteuer. Das war völlig falsch. Sehr gut. Ähm. Tracht Prügel bekommen. Sing in der Kommentar. Verdammt. Okay. Das Video wird auch wieder nicht so gut. Äh. Schade. Ähm. Ja. Und wir haben keine Birnchen mehr. Ich hätte es nicht tun sollen. Verdammt. Ja. Mörderischer Blick. Bleibt uns fast nichts anderes übrig. Äh. Ja. Unlustiger Kommentar. Ja. Ja. Ich hätte das vielleicht nicht tun können. Untertitelung des ZDF, 2020